Moin Leute, geht weiter mit Kirby, Folge 7 oder 8. Ich weiß es aktuell nicht. Wir haben gerade den Endboss besiegt. Und jetzt schaue ich mal, was jetzt noch kommt. Hier gibt es erstmal eine Maxi-Tomate. Nein! Ich will Eis. Da ist Eis. Geh mir Eis, geh mir Eis, geh mir Eis. Eis-Suppe. Da kommt er jetzt wahrscheinlich nur nochmal an den Boss. Sieht hier schon so aus wie so eine Arena für einen Endboss. Ultimative Lebens von Ultimo Elphiles. Ja, einfach Death. Dreck-Deffen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist einfach lächerlich. Guck mal, ich muss nichts machen. Ich hatte einfach nur einen Knopf gedrückt. Da kommt er her und dann kann ich angreifen. Guck mal, das zieht ihm sogar auch was ab, wenn er mich angreift. Im Prinzip könntest du das Game sogar gewinnen, wenn du nur die ganze Zeit diesen Knopf drückst. Der zieht sich selber Leben ab. Ja, frier ein. Und dann gibt das so einen Blutungsschaden. So gut. Nein, jetzt bin ich gespannt. Das juckt mich gar nicht. Oh, oh, oh. Wo bin ich, wo bin ich? Ich weiß nicht, was da runtergekommen ist. Ich sehe es nicht. Oh. Es gibt einfach nichts, was stärker ist als meine Death. Was ist das denn? Ich wünsche, du hättest recht, Amorelli. Aber ich habe bei nichts gelevelt oder so. Das ist einfach Standard. Guck mal, die schmeißt Kometen auf mich. Es juckt mich nicht. Ich habe eine Eis-Dev. Da. Jetzt bin ich gespannt. Komm, zieh mir was ab. Einfach mal gar nicht. Einfach gar nichts. Da kommt ein Riesenkometen, weißt du? Guck mich einfach nicht. Oh, jetzt sind es schon drei. Der war es nicht. Der war es auch nicht. Hat sich geheilt. Assi. Hat viele Attacken drauf. Irgendwie. Oh, oh, oh. Ich habe aufgepasst. Jetzt kommt wieder der Komet. Komm, frier ein, frier ein. Schön. Oh. Nein. Mehr. Macht jetzt eine ganz schöne Attacken-Compi. Ja. guck. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach nur Button Smashing Guck mal, da sind die Soundeffekte Boah, sieht das Gras gut aus und die Soundeffekte Mir verwirrt Dieses Ohrending ist so mächtig dass das sowas machen kann und wird von King-König-DDD gefangen in einem Käfig einem normalen Blechkäfig Man kann sich daraus nicht befreien Aber so ein schwarzes Loch schließen, das kann das Ding Aber so ein schwarzes Loch Das war Kirby. Könnte ein bisschen genießen. Könnte ein bisschen genießen. Ja, aber ich habe ja noch bei weitem nicht ganzen Content. Ich muss mindestens in 60-70% der Level nochmal reingehen, um alles zu sammeln. Und es gibt so eine Overworld, dieses Diddle-Doodle-Town oder so. Da gibt es ein Colosseum, da gibt es noch so ganz viele Sachen zum Sammeln. Ich habe noch ein paar Level, die ich nicht machen konnte, weil mir die Level gefehlt haben. Also nur weil ich es jetzt durchgespielt habe, die Story, heißt nicht, dass das Game jetzt vorbei ist. In Colosseum kannst du nochmal gegen Meta Knight kämpfen. Und nachdem ich jetzt diesen Trick mit dem Eis habe, wird das ja ein Witz. Aber es ist auch chillig. Das waren so richtig schöne, saftige sieben Folgen. Die kannst du ja mal eben so hintereinander weggucken. So an sieben Abenden. Eiskalt, genau. Oh, das passt. Gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Ich habe mir auch gut vor, dass jetzt nochmal eine extra Welt kommt. Dass du irgendwie auf deinem Planeten jetzt noch ein bisschen was machen kannst oder so. Ist ja bei Mario auch immer so. Ich gucke jetzt mir ja noch alles an. Vielleicht kommt ja noch was. Ich bin doch mal schauen. Gucken wir mal. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Ich will jetzt erstmal gucken, was jetzt kommt. Und Yasmin ist auch am Stream. Und wir hatten eigentlich gesagt, dass wir vielleicht später noch ein paar Runden Mario Kart spielen. Hättest du dann auch Bock? Ein paar Runden? Nicht viele. Halbe Stunde, Stunde. Bisschen Mario Kart. Ha. Na, cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Fortsetzung folgt. Zweiter Teil. Da freuen sich doch ganz viele den Arsch ab, oder? Da ist mein Town. Fortsetzen Team. Fortsetzen. Jetzt gucken wir nochmal gerade, was es hier noch so zu tun gibt. Wer sich jetzt hier nur den Endkampf angeguckt hat. Oh, guck. Jetzt gibt es hier sogar noch Überraschungsautomatserie 4. Eine Band. Waddle Dee Straßenbühne wurde wieder aufgebaut. Musikwünsche werden dort immer gern erfüllt. Oh, da gehe ich direkt mal hin. Schlaf kann nur weiterentwickelt werden. Toll, dass ich den Spezialpower kann ab sofort und Waddle Dee's Waffen noch aufgewertet werden. Oh, das will ich auch mal gerade. Eis. Aufwerten. Die will auch was. Siehst du, da ist noch ganz viel Content. Tazandra ist zu Besuch in unserer Stadt. Sie sieht leicht verärgert aus. Von Leopold fehlt jede Spur. Ähm, das willst du? So, was will der? Blaupause ist ja nicht gerade zu Besuch in der Stadt. Okay, König DDD hat eine Blaupause. Oh. So, König DDD ist zu Besuch. Wo bist ihr denn, my friends? Angeln muss ich auch noch. Oh, was ist denn hier unten? Hier war ich noch gar nicht. Ah. Ort der an... Kommt? Ort der ankommt? Weltkarte. Was ist denn Lied Nummer 1? Ah, da. Auf Los geht's los. Körbe in die Rätselhafte Wirbel. An der neuen Welt. Guck mal. Ah, das ist sowas, finde ich, ist ein richtig geiler Content, der einfach, der gehört einfach so, äh, der, der gehört einfach so in einem Nintendo-Spiel dazu, dass wir die Musik noch anhören können. Ganz, finde ich gut. Na, welche Blaupause ist das? Maskenhammer. Was kannst du? Ach, du bist das Kolosseum, ne? Ja, will ich nicht. Geh weg. Das machen wir bei was anders. Okay. Okay. Okay, soweit so gut. Jetzt Blaupause. Hanna, schlaf. Schlaf brauche ich auf gar keinen Fall. Steinen nehmen ihren Namen einem Plus. Das Anzeigerang ist oder erhöht. Ja, würde ich gerne machen bei Eis. Aufwerten. Was kostet das? 1002. Was bringt das? Ich mach das. Eis ist so broken. Angriffskraft wurde erhöht. Wie hoch ist die Angriffskraft jetzt? Boah. Nochmal einer dazu. 25%. Das ist ne Hammer. Alter, auch Maskenhammer Blaupause. Kann ich direkt hier hin? Guck mal, man kann direkt den Wildenhammer machen. Man kann, muss gar nicht alles einzählen. blizzard-Eis plus eins. Kann man das nochmal aufwerten? Blizzard-Eis plus eins. Kann man das nochmal aufwerten? Und wie kriegt man solche Steine? Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte, was da ist. Aha. Multistopfer-Schatz. Krass, der Schütze soll sich ja schnell wohnen. Kürbel, der Vollstopfer-Profi. Hä? Guckst du raus? Nein, komm, ich war aber gerade hier. Das mache ich jetzt nicht mehr. Dann würde ich die Folge jetzt hier mitbeenden. Wir haben den Erntboss besiegt und alles andere ist Extra-Content. Wofür ich jetzt nicht unbedingt ein YouTube-Video mache. Also, Kolosseum ist noch ein Ding, wenn da was Heftiges noch passieren sollte, dann würde ich das noch auf YouTube bringen. Und ansonsten ist der Rest ja nicht so spannend. Dann sage ich, abonniert den Kanal, liked das Video, lasst einen Kommentar da, wie ihr das fandet, wie fandet ihr Kirby und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.